Hi, ich bin Mirjam. Ich mache seit einigen Monaten meinen Bundesfreiwilligendienst im Bonifaziuswerk in Paderborn. Ich möchte euch heute mal mitnehmen und euch ein bisschen meine Einsatzstelle zeigen. Guten Morgen! Morgen! Guten Morgen! Morgen! Ich arbeite gerade daran, die Fotos, die ich im Fotoarchiv hochgeladen habe, zu beschriften, sodass irgendwann eine Sammlung von allen Fotos entsteht, dass jeder Kollege darauf zugreifen kann. Weitere Aufgaben sind noch, dass ich dabei helfe, verschiedene Veranstaltungen zu planen und dann auch bei der Durchführung dabei bin und erzähle ich dann vom Praktikum im Norden ein bisschen und natürlich auch von meinen eigenen Erfahrungen, die ich hier beim Freiwilligen Bonifaziusdienst gemacht habe. Dann ist noch eine Aufgabe, dass ich hier im Versand helfe. Da helfe ich im Moment dabei, Infopakete nach Nordeuropa zu schicken. Die werden an unterschiedliche katholische Einrichtungen geschickt. Ja, ich finde diesen Freiwilligendienst total super. Das ist eine wunderbare Möglichkeit. Hier im Bonifaziuswerk sind super vielfältige Aufgaben und das ganz Besondere ist natürlich auch die pastorale Begleitung. Das sind vier Treffen, die wir über das Jahr haben, wo wir uns an verschiedenen Orten treffen und über verschiedene Themen reden und einfach eine Möglichkeit haben, uns nochmal auf andere Weise auszutauschen. Begleitung 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 Begleitung